Weißt du, was das hier ist? Damit kann ich auch trotz Kompressionsbestrumpfung im Stehen pinkeln. Denn gerade nach der Liposuktion, während ich bandagiert bin, wenn ich wandere, mich auf öffentlichen Toiletten nicht so richtig wohlfühle oder der Raum relativ beengt ist, zum Beispiel in Japan, vor allem auch im Stau, da habe ich das hier dabei. Das nennt sich Urinella oder Urinal für Frauen. Denn in der Hocke kann ich nicht wirklich so gut pinkeln. Ich bin eher so ein Kandidat dafür, dass man sich besudelt dabei. Und mir ist es auch schon passiert, dass ich mit einer vollen Blase direkt in eine Vollsperrung gefahren bin und einfach nicht wusste, wohin mit mir. Seitdem habe ich so eine Urinella immer im Handschuhfach. Und auch wenn ich unterwegs bin, habe ich sie in meiner Tasche. Sie erklärt sich natürlich irgendwie von selbst, aber ich zeige es dir ganz kurz. Einfach so an deine Mupfel und kannst es laufen lassen. Und am besten übst du das einfach in der Dusche. Dann fühlst du dich das nächste Mal richtig sicher. Jetzt bei mir im Power Spriter Online Shop. Der Shop für ein gutes Selbstmanagement als Kompressionsträgerin.